herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax ich handel 60 sekunden bis 2 minuten mein start trade 2.000 euro als nächstes suche ich meinen passenden trade nach meinen einstiegskriterien metatrader 5 unter berücksichtigung meiner indikatoren und der tagesnews kart japanischen sieht gut aus hier steige ich ein gleich noch mal bitte jetzt nicht mehr für mein privat einzelcoaching 10k pro monat bewerben da die 50 plätze weg sind 53 plätze ich habe noch drei zusätzliche interessenten genommen die meisten von euch fangen dann im januar an erst leider nicht möglich sieht aktuell gut aus beide trades sind deutlich im gewinn so wird jetzt auch nichts mehr anbrennen noch zehn sekunden perfekt bis zum nächsten mal adios bis zum nächsten mal